Pocket Edition Let's Play und zwar im Multiplayer-Modus. Komm, wir gehen nur zu fahren. Ja, also wir fangen jetzt an. Ja, wir fangen jetzt an. Also, also, am Anfang jetzt an. Red ein bisschen lauter sonst. Bones Breaker und ich sind das, ne? Also, Janne. Von der German Minecraft Crew. Ja, selbstverständlich. Fuck, meine Hände sind schwitzig, dass ich wirklich ein bisschen bleibe. Ja, schön, ne? Ja. Wie viel hast du? Ich hab schon zwei Sex. Alles, das ist übel, schlitzig. Ja. So, schwupp. Hoffentlich klingelt mein Handy nicht wieder. Ja, wir hatten, wir haben schon mal angefangen. Also, wir wollten gerade anfangen. Nehmen jetzt Play mit, mal ruf meinen Vater an. Ja. Er war natürlich sehr geiles Handy. Also, Bones Breaker startet die Aufnahme. Kling, kling, kling. Ja, richtig clever. Aber warte, warte, ähm, warte, 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 warte. Hast du mich gerade geflogen? Oh, ein Babyshop. Habe ich? Äh, nee, hast du nicht. Ey, komm, lass uns mal nach da hinten gehen. Da gibt's schon, äh, ist Cola, hab ich schon gesehen. Das ist ein Apfel. Kommst du mir hinterher? Nein. Hallo? Ich brauche den Apfel. Jetzt ist er weg. Nein. Hast du ihn genommen? Hä? Hä, bei mir ist doch gerade... Ah, jetzt ist er wieder da, lol. Hä? Ich habe den Apfel. Was ist das für verpackte Apfel? Bei mir geht das gerade nicht. Kannst du den Apfel nicht einsammeln. Oh, scheiße. Dann stehst du denn nur rum. Disconnected, ähm, dann versuch nochmal neu zu joinen. Ja, ähm. Ah, warte, wo war der Spawn? Hier, umgehe. Meine scheiße. Okay, join game. Ja, genau. Für Wi-Fi games. Okay. Ich hole meine scheiß iPod-Hülle ab. Ja, wir zocken es auf dem iPod. Ansonsten... Infinite Africa. Ja, du kannst ja schon mal alleine weiter spielen. Ja, ich... Können wir nicht mehr gehen. Ich mache jetzt schon mal alleine, weil der ist jetzt erstmal... Also, eigentlich sind wir... Hattest du viel Holz oder so? Weil dein Inventar wird ja dann... Ah, jetzt geht's wieder. Mein klar. Ja, es funktioniert. Ich renne direkt zu dem komischen Felsen. Hm? Ja. Ah, da. Hast du den Felsen schon gesehen? Ähm. Ach, nee. Ach so, du... Ja, 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 ich weiß. Na, wir machen erst mal ein paar Steckis und einen Walkwunsch. Steckis! Warte, ich baue schon mal direkt ein bisschen, ähm, Dingsabstein. Building Train. Hm, Building Train. So, schwupp, ähm... Ja. Da oben ist auch noch Kohle, das ist der... Das ist cool, okay. Da, ähm... Kohl? Kohl? Schwupp. Oh, scheiße. Bin ich wieder drauf? Ja. Ja, bist du. Bonsbreaker Train. Gängig. Nein, Janus Train. Äh, ja, ich bin bei diesem komischen... Raushängig schon. Ich hab da. Oh, das sieht ja geil aus, ey. Ja, wieso? Ja, ich bin geil aus, ey. Ja. Ja, wie so ein Penis. Das wollte ich jetzt nicht so sagen. Warte, warte, warte. Sehe ich dich kommen? Nein, sehe ich nicht. Ich bin unter dem Film. Ich bin, ich bin unter dem Film. Ja, schön, den habe ich auch schon gehört, den habe ich nicht gesehen. Jetzt... Alter. Hä? Ja. Das ist scheiße. Obwohl er genau am gleichen WLAN ist wie ich, Alter. Ja. Das ist echt nicht... Jetzt müsst ihr euch schon mal reinziehen, ey. Aber ich hab schon... Ja, nicht schlecht. Ich hab schon ein bisschen Kohle. Oh, ich soll das Update machen. Welches Update denn? Na, von Dingen. Ja, allgemein. Softwareaktualisierung. Ach, das muss jetzt... Ach so. Nein, das mache ich jetzt nicht. Ich hab immer noch 6.1.1 und nicht 6.1.2. Ich hab glaub... Skype? Alter, eine Skype-Nachricht, das ist jetzt gerade so unpassend. Ist ja egal. Das ist mein Cousin, ey. Das ist ein Lappen. Das ist ein Lappen, ey. Da weißt du, dass wir aufnühen. Ja, das weiß der natürlich. Das muss man ja wissen, also... Mensch, scheiß Sand hier. Ich weiß nicht, was soll ich denn jetzt machen? Noch schlimmer als... Was soll ich denn jetzt machen? Ich glaub, ich... Nee, ich lass den jetzt eigentlich einfach her. Ja, spiel einfach weiter. Ich komm dann immer mal so als Special. Ja, du kommst immer so auf und zu, ja. Ja. Nee, du laberst einfach ein bisschen. Kann ich. Ich kacke ja bei dir mit drauf auf den Hyper. Ich hab den, ich hab den, glaub ich, irgendein Video gesendet, das hat er nicht gemacht. Nichts mit Offizier. Naja, egal. Ja. Okay. Oder? Oder? Warte, ich hab jetzt nicht draufgeachtet. Ja, warte. Ich komme unter den Felsen. Ja. Komm unter den Felsen. Kacke. Dann regle ich wieder. Ja, Disconnect Funktion. No, fuck. Was? Da ist noch ein Kohle. Vor allem, ich kann ja eigentlich noch rumlaufen. Na komm. Alles machen. Ja, ich hab die Kohle. Eigentlich kannst du die Aufnahme und nicht ich. Ja, natürlich hab ich die Aufnahme schon. Ja. Sonst wär's bei mir die ganze Zeit. Ah, fuck, 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 fuck. Ist so dunkel, ist so dunkel. Du musst mich einbuddeln. Server-wise, please? Server-wise? Was? Was? Äh, Server-visible-by-default. Ich hab keine Ahnung, was man da einstellen muss. Ich geh einfach mal hier rein. Dann. Fuck. Oder nee? Ach, nö, ich probier ein paar Spinnen zu töten. Mein Scheiß, Internet geht nicht. Hä? Alter. Ich... Äh. Ja. Jetzt geh ich nochmal. Oh, ein Scharf. Ach, WLAN nicht verbunden. Stopp, du Scharf, das ist abkackt. Ja, ich komm mir jetzt ein Bett bauen. Was soll ich... Was ist los? Ja, ähm. Was ist denn? Ich weiß jetzt, warum das bei dir nicht abkackt. Weil du ja den Host hast. Und dann wird das ja zur Single... Single. Mit Z. Zur Singleplayer-Welt. Single. Mit Z. Zur Singleplayer-Welt, ey. Äh. Ja, zur Single... Äh, warte mal. Ich muss jetzt mal schnell pennen. Ja, komm schon. Draußen? Alter, willst du mich verarschen? Ja. Ach. Ja. Gut. Boah, Alter, mein Kopf hängt auch gerade ein bisschen. Ja, das ist nicht so schön. Ich baue mir jetzt erstmal eine Hütte. Eine Holzhütte. Eine Holzhütte. Ich nehm gleich die... Boah, ich hab eine Minecraft auf meinem Galaxy S2 kochen. Ja, entschuldige mal. Sag hier nichts gegen iPod. Warte mal, ich hab ne Axt. Welche Version ist deine? Was? Dein iPod. Vier. Äh, ja. Der letzte... Also der vor... Der vorletzte... Vor meinem, oder? Ja, bis jetzt. Ähm. Kaki wollte doch Survival Games hochladen. Ja, Kaki... Der Spaß... Sein YouTube... Kaki ist... Kaki ist aber zu schlecht. Sein YouTube kriegt das nicht gerendert, sagt er. Hab ich gesagt, er sollst... Janis? Hm? Du bist ja ja da. Ähm, ne, hab ich gesagt, er sollst auf dem Stick laden und an einem anderen PC probieren. Aber nein... Ich hab's zu faul. Ja, echt mal. Nein, mein Holz ist weg und so. Ja, entschuldige... Ja... Ich will mal entschuldige mal sagen. Ähm... Ne, dein Holz ist immer weg. Oh, das kackt doch gleich wieder ab, ey. Oh ja. Das stimmt. Hättest du... Hättest du mal nicht gesagt? Dun, 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 dun. Boah, das ist so dumm. Ich starte jetzt mit dem iPod neu. Tu das. Ausschalten. Während der neu startet, geh ich mir die Hände waschen. Neu starten kannst du, glaub ich, auch, wenn du den Homebutton und die Sperrtaste, äh, schon sieben Sekunden lang hältst, dann startet der Auto manchmal. Ich meine, dann klebt es nicht besser. Ja, mit kalbem Wasser. Ja. Schau. Ja. Bis gleich. Ja. Okay. So. Boah, nehm ich noch ein schnelles Halschen mit. Ich denke, ich baue jetzt erst mal eine Hütte. Hm. Ja, das reicht auf jeden Fall. Für ne kleine Hütte reicht es auf jeden Fall. Ähm, okay. Äh, hier. Ah, komm schon. Ach, das ist jetzt so viel gebracht. Ja, das ist ja auch nicht. Ja, dann doch für ne Zeit, für ne Zeit klappt das. Oh, wie geht das jetzt, ey. Boah, Alter, ich bin... Sonst ist es ja dumm, dann kann man es eigentlich gar nicht Multiplayer nennen. Ja, dann kann man es nicht Multiplayer nennen, oder? Und dann ist es doch. Ja. Multiplayer Versuch kann man es nennen. Versuch. 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 Komm, warte mal, ich... Warte mal, ich... Ich scheiße an deiner Fücher gerade. Äh... Oh, gut, man kann nicht das so. Warum gut du nicht... Ähm... So. Fuck, Alter. Oh, Handy, ey. Ich kann nicht. Warum ich auch gleich so ein Riesenhaus bauen muss, aber... Egal. Könnten ja dann mal Worldcraft nehmen. Worldcraft hab ich auch mal im Handy. Worldcraft? Ja, aber Worldcraft backt doch bei dir auch. Nene, ich hab's ja nur installiert. Ich könnte ja mal gucken. Da... Na, das könnten wir... Können wir ein Let's Test oder so machen. Ja. Ich boah erst mal das Schwuchtel aus. Name. Ich will da nicht Johnny heißen. Ja, Johnny. Hä? Heißt man da automatisch Johnny? Ja. Bei, ähm, Dings, äh, bei manchen Spielen... Bei Blockhead zum Beispiel heißt man automatisch Thomas. Yeah. Naja, riesig kann man das Haus jetzt auch nicht nehmen. Äh, schwupp. So, fertig? Ja. Sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Loading Chunks? Ja, Loading Chunks. Nein, Box. Loading Chunks. Was Box? Box dein. Ja, das, das untere Ding. Probier mal, in den Block zu setzen. Ich hab ja... Was wollte ich denn machen? Ah, doch, setzen kann ich ja, aber... Ich seh's ja unten in der Leiste nicht mehr. Ne? Hä? Das ist... Achso. Ähm... Johnny, I left the game. Johnny, you left the game. Ähm... Dadadadadadam... Zehn Fensterscheiben reichen niemals. Ich hab's doch kacken, Junge. Achso, jetzt weiß ich, was ich machen würde. Ah, benutzt ja bitte nicht solche Schimpfwörder. Das passt ja echt nicht rein. Nee, ne? Nee. Gar nicht. Überhaupt nicht. Warte mal.